Oh, willkommen zurück, Leute, bei Golden Sun. Wir gehen jetzt in die Wüste. Oh, yeah. Bei I-Ivan kann jetzt nämlich Enthüllung... Allein hier rumzulaufen, beraubt mich all meiner Kraft. Das ist aber schlecht. Ich kann bei dieser Hitze nicht cool bleiben. Doch, du musst... Setz mal Enthüllung ein. Ich glaube, hier ist eine Oase. Aha, aha. Was seid ihr denn? Org. Äh. Ihr seht ganz schön eklig aus. Ach, komm. Hau rauf. Miau. Wir sind so stark. Uns kann nichts passieren. Da, seht mal. Nein, lass Ivan in Ruhe. Und lass Garrett in Ruhe. Ivan ist mein tollster Magier-Adepten-Teil. Ohne Ideen wäre ich voll aufgeschrieben. Boah. Bist du behindert, Mann? Ich hab Angst. Yay. Bom. 199 Punkte und 309 Münzen. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Ich schwitze wie ein Pferd. Ich wünschte, ich hätte leichtere Kleidung dabei. Halt die Fresse. Ich kann mal diese... Könntet ihr jetzt mal kurz aufhören, die ganze Zeit rumzujammern? Wir sind sicher auf dem richtigen Weg. Nicht. Keim. Keim, ja. Okay. Boah, Leute, mir ist so kalt. Meine Heizung ist nämlich kaputt. Und wir haben hier minus 9 Grad heute. Oh, ich hätte vielleicht Ivan heilen sollen. Hab ich zu spät gesehen. Aber... Nein! Könntet ihr ihn jetzt mal lassen? Meine Phrasen. Bam. Was reicht aus? Bist du blöd, Mann? So. Jetzt geht's meinem Isaac wieder gut. Nein, meinem Ivan. Isaac geht's sowieso immer gut. So wie in einem Kampf gegen diese komische Fischstatue da. Alter. Die war krass. Oh, yeah. Irgendjemand hat ein Level-Up. Oh, diese Wüste ist viel leiser, als ich es ihm vorgestellt hab. Ja, wisst ihr, ihr Jammerlappen. Hier ist nur eine Kiste. Uh. Kannst du die kriegen? Kann hier einer von euch anlegen? Claymore. Gibt es mal der hier? Du könntest es sogar anlegen. Ich will aber... Kann Garrett? Ah. Ja. Garrett kriegt das. Warum? Weil Garrett cooler ist. Ja, halt die Fresse jetzt, Ivan. Wenn wir nicht bald eine Oase finden, werden wir noch zu der Pflanze. Ich glaube... Aua. Aua. Hä? Hatte ich nicht mal was, was Eile heilt? Ach doch, klar. Ach, egal. Das ist halt weh. Was seid ihr denn? Salamander. Ja, klar. Uuuuuh. Ja, klar. Ich glaube auch. What the hell? Frost müsste euch doch ziemlich wehtun, oder? Hast du, hast du, hast du irgendwas? Egal. Du... Ah, du, du brauchst das hier. Ist mir sogar egal, auf welchen. Und du... Du lässt von jedem die KP herrschen. Alter. Aber es wirkt nicht. Ja, warum wirkt es denn auf gar keinen? Scheiße, das ist schon nicht so effektiv. Ich brauch also Wasser. Ich brauch also Mia. Alter. Isaac. Das war's. Das ist das erste, weil der Seeber gestorben ist. Ah-ha! Alter. Warum bringt es nicht? Toll. Wer hat jetzt ein Item, den, den wieder zu beleben? Alter. Voll krank. What the hell? Gut, gegen Salamander kämpfen wir nicht mehr. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Ich kämpfe gegen gar keinen mehr. Die sind mir viel zu stark. Oh, das schaffen wir noch. Jetzt! Ivan, halt die Klappe! Gott, oh Gott, hoffentlich ist die Wüste bald vorbei. Die bringen mich ja zur Weißgut. Yeah! Das war mal ein Bad, das sich gelohnt hat. Ich schwitze wie ein Pferd! Mi, mi, mi! Leute! Ich weiß. Euch ist heiß. Oh, wir haben es doch schon... ...geschafft, einmal im Kreis zu laufen. Scheiße. Ah, ich hasse meinen Orientierungssinn! Really? Okay. Das war wohl nicht so sonderlich erfolgreich. Halt die Klappe! Ich will auch sehr wüsste raus. Ivan! Stimmt. Boah, Isaac hat die Fresse. Juhu! Aber hier war doch der Psynergie-Steine, oder? Okay. Ja, aber wo muss ich denn hin? Da muss ich ja wohl da lang. Oh. Ja, mein Leben ist so grausam. Ne, hier war die Kiste. Hä? 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 Ivan, bitte. Oh Gott. Na, was bist du denn? Also ehrlich, das war dein eigener Tod. Ich schwitze wie ein Pfer. Du sollst ja auch nicht cool bleiben. Das hat doch auch niemand von dir behauptet. Verlangt. Miau. Warum will ich überhaupt nach oben? Will ich überhaupt nach oben? Du Arsch. Wenn ich jetzt wegen dir nochmal einsetzen muss, dann scheppert's aber im Karton. Hä? Das sind Feuergegner. Ist da Erde nicht vielleicht effektiv? Oh, ich halte keine Minute länger. Also hier ist die nächste Oase. Schnell! Ivan, das schaffen wir noch. Oh Gott, wie knapp! Krass. Blabla. Warum sollt ihr jetzt gegen euch alle kämpfen wollen? Kämpfen kann ich auch, wenn ich allein spiele. Wenn ich level. Äh. Ah! Uncool! Nein. Dich mag ich nicht. Du bist mir nicht sympathisch. Äh. Du, mach mal Regenschau. Ich will wissen, ob das hier effektiv ist. Wamm. Nein. Ja, ja, ja. Ihr seid alles Feuer. Aber warum? 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 Hm. Ach, das war schon. Okay. Meine Kleider! Oh, das sieht cool aus. Schade. Ja, hier ist die nächste Quelle. Jetzt chillt doch mal alle. Es ist viel wichtiger, dass wir nicht nochmal sterben. Das war das erste Mal, dass jemand gestorben ist. Ich war noch so stolz auf mich, weil bis jetzt noch niemand gestorben ist. Oh, scheiße, das ist doch nicht die nächste Quelle. Glückspfeffer. Was macht der? Der Glückspfeffer hebt Glück an. Hier, mach mal mehr kritische Treffer. Trinkt es. Scheiße. Ja, ich kann jetzt auch nichts machen. Oh mein Gott, das sieht ganz schön viel auf. Ja, da war die wahrscheinlich. Ach, jetzt halt doch mal die Klappe, Mann. Immer diese Mädchen. Auf meine nächste Erkundung nehme ich keine Mädchen mit. Ist da eine Brücke, Ivan? Nein. Ach so. Oh, warte, 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 warte mal. Ich kann hier hoch. Will ich aber nicht. Okay. Wieso ist die Linie angehalten? Dachte ich mir schon. Yay. Ich hoffe, ich bin gleich durch. Ich hab die Wüste hier, find ich voll blöd. Nein. Ach, wo will ich denn hin? Ich hab so das dumme Gefühl, dass ich immer nach oben will. Warum, weiß ich nicht. Kann ich hier rein? Uah. Wer oder was bist du denn? Manticore. Ja, das kann ich nur aus dem letzten Einhorn. Wow, vor dir hab ich Angst. Ich will, ich will Ramses rufen. Und ich will meine Attacken. Und ich will meinen Widerstand heben. Und ich will seine Attacke schwächen. Das will ich alles. Ja, ja. Alter, ich hab echt Angst vor dem Vieh. Schaut euch das mal an. Krass. Tusch, tsch, tsch, tsch. Na, dem tut Wasser aber schon weh. Ich hab Angst vor dem. Was war das? Ja, toll. Wieso darfst du zweimal angreifen, du... Blödmann. Ich hab Angst. Ah doch, du kannst... Du kannst deinen Feuertypen buschen. Hast du noch einen? Dann ruf doch deinen Windtypen, bitte. Und du heilst. Und zwar... Isaac. Ivan ist eh schneller. Der darf sowieso zuerst angreifen. Pam. 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 Ich hab echt Angst vor dem Vieh. Das sieht irgendwie eklig aus. Und ich hab Angst vor dem. Und das hält eine Menge aus. Wow. Das wird nicht so viel Schaden machen. Aber es reicht schon. Ehm. Uncool. Also, pass auf. Du heilst Garrett. Garrett greift an. Ivan heilt... Aber du musst jetzt den Neptun rufen. Das überlebt sie schon, oder? Mit dem fetten Riesenwal. Das wird sein Ende sein. Hoffe ich mal. Oh Gott. Oh Gott. Er lebt noch. Äh. Mia. Oh mein Gott. Wow. Wow. Du greifst an. Egal. Hau rauf. Und du? Du? Und du halt... Oh nee, warte mal. Du haltest erstmal deine Vergift. Obwohl, dann stirbt er. Oh, ich hoffe, ich hab's jetzt nicht durcheinander gebracht. Oh genau, Gott sei Dank. Jetzt sind wir erstmal alle wieder relativ fit. Mia. Oh scheiße, jetzt sind die alle vergiftet, hey. Wir hatten von euch alles ein Gegengift. Was hast du überhaupt? Du hast doch überhaupt gar nicht so'n Scheiß. Doch, du hast ein Gegengift. Und du haltst deine Vergiftung. So. Bam. Ja, die Verteidigung fällt, ist nicht so schlimm. Boah. Immer auf meine zwei Schwächeren. Hey, blöd Männer. Oh Mann. Entschuldigung, dass ich so wenig rede. Aber der Typ macht mir echt Angst. Ich will doch nur gewinnen. Warm. Oh, jetzt ist der schon wieder vergiftet. So ein Scheißdreck. Ich hau jetzt alle, alle meine Gins raus. Okay, vielleicht auch nicht alle. Hier. Ich schwäch mal deinen Angriff. Ach so, Garret ist noch vergiftet. Ach egal. Der hat zu viele KP. Oh, das war's. Oh mein Gott. Ich will da rein. Was wartet da auf mich? Wieso gibt's da einen Endgegner? Aua. Mann. Hier. Du musst doch da nicht vergiftet sein, du armer Kerl. Ich bin durch! Yeah! Ich will in eine Stadt, ich will in eine Stadt, ich will in eine Stadt. Wieso will ich in eine Stadt überhaupt? Wo bin ich? Warum gehe ich nach Norden? Ich weiß nicht. Hallo? Hier gibt's keine Städte. Hier gibt's gar nichts. Bäh. Außer in Untoten. Ist noch irgendwas Wichtiges in der Wüste? Nein, oder? Bitte sagt nein. Ich will da nicht nochmal hin. Aber da gibt's bestimmt noch einen Djinn oder so. Aber der ist mir jetzt echt egal. Toll, hier gibt's nur einen Wald. Aha, dann gehe ich wieder. Ich will noch mit euch in die nächste Stadt. Dann überziehe ich jetzt halt ein bisschen. Ist ja nicht so schlimm. Ähm, mein Bruder kommt auch erst in einer Viertelstunde. Oder so. Ähm, der hilft mir nämlich später. Aha. Ähm, wo muss ich denn hin? Oh Gott, jetzt fängt das schon wieder an. Ich gehe auf keinen Fall zurück. Wie süß! Es ist... Süß! Oh mein Gott! 29 Schaden. Spinnst du? Krass. Ich habe mich mal wieder... Oh, hier ist die Stadt. Karlai. Die Brücke im Norden wurde durch die Lava zerstört. Aber glücklicherweise wurde sie schon wieder aufgebaut. Ja, das war wirklich ein Glück. So ein Blödsinn! Das wollte ich doch gar nicht. Ivan? Gibt's da was für uns? Da glitzert was. Oh, wie außerordentlich praktisch. Du, nehm mal Fänger. Wir können da nämlich was pflücken. Eine Nuss. Ich will jetzt ins Inn. Wo ist das Inn? Wieso habt ihr jetzt zuerst den Waffenhändler und dann erst das Inn? Oh. Die Stadt gefällt mir. Oh, hier ist aber viel los. Ja. Gut, Leute. Dann sind wir jetzt in Karlai. Im nächsten Part schauen wir uns hier ein bisschen um. Und ich bedanke mich fürs Zugucken. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.